Die Spieluhr hat eine, der Drache hat eine und der kleine Kuschelwal hat auch eine. Die Rede ist von Wendeöffnungen, die so geschlossen werden, dass man sie nachher mit dem bloßen Auge gar nicht mehr so leicht erkennen kann. Bei der Spieluhr verläuft diese Wendeöffnung hier in der unteren Naht und ist kaum noch zu erkennen. Beim Drache versteckt sich die Wendeöffnung vorne an der Schnauzenöffnung, an dieser Stelle, wo die beiden Stoffe zusammentreffen. Und wie ihr so eine Wendeöffnung selbst schließen könnt, darum soll es im heutigen Video gehen. Ich zeige euch hier, wie ihr eine Wendeöffnung von Hand im Matratzenstich verschließt, so dass sie später unsichtbar und ja, fast nicht mehr zu sehen ist. Ich habe dafür hier ein kleines Kissen vorbereitet, das schön dick gefüllt und die Öffnung offen gelassen. Um zu starten, braucht ihr als erstes einen Faden. Ich habe hier extra ein etwas dickeres Modell genommen, damit ihr das besser erkennen könnt und habe hinten schon mal einen Knoten eingemacht. Den Faden fädelt ihr in eine normale Handnähnadel ein und führt ihn an der Wendestelle so in die Öffnung ein, dass die Nadel von links im Bereich der Nahtzugabe eintritt und an der Stelle, wo die Öffnung beginnt, wieder austritt. Hier verknotet ihr erstmal oder verstecht ihr erstmal den Faden mit einer kleinen Schlaufe, zieht alles fest, damit ihr sicher seid, dass der Faden gut auslöst. gesichert ist. Jetzt geht es daran, an der Öffnung die Nahtzugaben nach innen zu legen. Hier ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich die volle Breite der Nahtzugabe nach innen legt. Bei mir waren das jetzt 1 cm. Wenn ihr mit weniger genäht habt, dann schlagt ihr die Öffnung mit weniger Millimeter um. Und der ganze Trick besteht darin, dass ihr mit der Nadelspitze nur Material aus der Wendeöffnung aufnehmt. Das heißt, ihr stecht hier im Bereich der Öffnung nur in den Stoff der Wendeöffnung ein. Und achtet ganz sehr darauf, dass ihr keinen Stoff von der äußeren Lage mit durchstecht. Ihr führt die Nadel so von einer Seite der Wendeöffnung zur anderen, dass sich diese Fädchen wie so eine Art Leiter über die Öffnung spannen. Das ist übrigens auch der Grund, warum in manchen Anleitungen vom Leiterstich gesprochen wird, weil das eben dieses Bild der Leitersprossen ergibt. Ihr seht, hier gehen die Fäden schön von rechts nach links. Und wenn ihr jetzt sanft den Faden nehmt und strafft, zieht sich die Öffnung wie von Zauberhand zusammen. Dieses Straffen des Fadens könnt ihr ruhig schon nach drei, vier Stichen machen. Ihr müsst nicht die komplette Öffnung erst mit Spannstichen übersehen, sondern ihr könnt immer direkt nach drei, vier Stichen schon den Faden zusammenziehen. Und nach diesem Muster gehen wir jetzt über die komplette Öffnung hinweg, stechen stets von links nach rechts ein, achten darauf immer nur, den Bereich der Nahtzugabe mit der Nadel zu durchstechen und überprüfen auch immer wieder, dass von außen keine Nadeleinstiche zu erkennen sind. Im Prinzip ist das auch schon der ganze Zauber. Und ich weiß, dass viele sich fürchten oder Skepsis haben vor dem Schließen von Wendeöffnungen von Hand. Aber ihr seht, mit ein paar Stichen ist das wirklich schnell zu machen und hat einfach ein super sauberes Nähergebnis. Ein Tipp noch, ich arbeite hier bewusst mit einem Faden in Kontrastfarbe, damit ihr das im Video besser erkennen könnt. Wenn ihr das macht, dann wählt ihr am besten eine Farbe, die zur Farbe des Stoffes passt. So sind auch diese kleinen Zwischenfädchen, die man bei mir hier noch erkennen kann, nachher wirklich nicht mehr zu sehen. So sind auch die Zauberin, die die Zauberin und die Zauberin und die Zauberin und die Zauberin. Wenn ihr euch dann in diesem Prinzip bis zum Ende der Öffnung vorangearbeitet habt, dann stecht ihr die Nadel wieder im Bereich der Wendeöffnungen ein. Das heißt, auch hier achtet ihr wieder darauf, dass die Nadel keine Außenlage des Stoffes trifft und verstecht die Nadel, wie ihr das sonst auch kennt, wenn ihr mit der Hand näht. Das heißt, ihr lasst so eine kleine Schlinge stehen, durchstecht die Schlinge, ich zeige euch das hier nochmal in langsam und zieht den Faden fest. Aber er entsteht im Inneren so ein kleines Knötchen. Und weil ihr im Bereich der Nahtzugabe eingestochen habt, zieht sich dieses Knötchen nachher auch ins Innere. Austreten lassen könnt ihr die Nadel dann ruhig etwas entfernt vom Ende der Öffnung, irgendwo mitten im Stoff, das ist ganz egal. Dann zieht ihr den Faden straff und lasst diesen Faden ruhig auch etwas unter Spannung stehen und schneidet ihn dann ab. Wenn ihr dann im Nachgang die Spannung nämlich löst, rutscht das Ende des Fadens einfach in das Nähstück hinein und ihr könnt ganz sicher sein, dass alles gut vernäht ist und kein Faden mehr austreten kann. Ihr seht das hier, bei mir kann man noch ganz kleine Mini-Stiche erkennen. Das liegt vor allem daran, dass der Faden eben eine Kontrastfarbe hat, aber wenn ihr das euch in MINT vorstellt, dann ist diese Wendestelle kaum noch zu erkennen. Probiert das gern mal aus, ich freue mich, dass ihr hier dabei wart und sage für heute Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao!